So, wir haben immer mehr Rüstung beisammen. Steigen wir hier mal runter. Verlöchen. Okay. So, Celebro. Noch einen ranzigen Trank. Der hat nicht mehr viel. Warte. Wieso ziehst du den denn, wenn er eh kaputt ist? Wirst. Wirst. Ja. Okay. Nicht so weit schnell speichern. Auch wenn es scheiss aussieht. Ja. 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 So, ähm, ja. Danke, Sülebrot, dass du im Weg rumstehst. Na, muss man schon sagen, Schattenruine. So, flucht! Selber war Worte von einem Höhlen-Trollen-Näte geschluckt. Ähm, ja. Ha! Ach, schade, ey. Ich dachte, vielleicht können wir die Rüstung von Celebrot holen. War wohl nix. Auf uns allein gestellt. Okay, hier geht's nirgends raus. Hier auch nicht. Ähm, ja. Hehehe. So. Wir haben wohl mal kurz unsere Ruhe. Ja, aha. Ja. Ja, spring doch raus. Nein! Hilfe! Ich kann nicht mehr! poetry. Ähm, ja. Hehehe. Hehehe. vom Acker machen. Ah, da kommt er mit durch die Tür. Okay. Ja, sind wir mal in Sicherheit. Die Zwischenfälle mit Trollen sind in den letzten Tagen immer zahlreicher geworden. Niemand weiß, wo diese Mistviehre herkommen. Was die meisten Sorgen macht, ist, dass der schwarze Biest sein Fell hat die Farbe von Kohle. Es ist größer als die anderen Trollen und hat drohte Augen. Ich habe es selbst gesehen. Dieser schwarze Troll scheint auch nicht viel von seinen Nachgenossen zu halten. Ähm, ich habe... Ah, hier. Jedenfalls haben die anderen Bergleute mehr zur fleischenden Trollen gefunden. Ihn im Kampf zu besiegen, das wäre töricht. Äh, wollen. Ich habe deshalb gehandelt und werde dem schwarzen Troll eine Falle stellen. Wir haben herausgef... dass er panische Angst vor offenem Feuer hat. Seine Haut beginnt förmlich zu schmoren. Fackel kommt. Kleine Höhle, wo er sich angeblich manchmal aufhält. Vier Haltungen. Okay. Ja. Nun sollen wir das tun. Aber zuerst eine kleine Pause. Bis gleich. Ja. So, hier bin ich wieder. Man sieht, wenn ich die Aufnahme stoppe, halt da das Wechseldingens. Aber ich denke mal, dass euch das nicht so viel ausmacht. ein Tomate. Ah. Okay. Ja. Nun müssen wir noch die Höhle finden. Unmöglich. Ja, dann muss ja irgendwo Hier liegt nicht zufällig auch noch gleich der Schlüssel rum. Ein Boot. Nee, keine Schüssel. Einen Schlüssel. Ja. Nun hat er uns gesehen. Und nun ist er weggebärmt. Es ist mir gelungen, den schwarzen Troll zu töten. Nun sollte ich mich hier nach einem Schlüssel umsehen. Wer weiß, was der Troll alles gefressen hat? Jetzt sollten wir ihn durchsuchen. Äh, ja. Unser Tagbuch. Ah, hier. Ähm, ja. Wie geht das nun nochmal hier? Ah. Ja. So. Habt ihr zehn Lernpunkte bekommen. Diese könnt ihr bei speziellen Trainern gegen Fertigkeiten, zum Beispiel Schwachkampfschütze, etc. eintauschen. Ach, jetzt können wir hier Attributen auswählen. Stärke, Schaden mit Nahkampfwaffen, Gesamtausdauer und wie viel ihr tragen könnt. Intelligenz bestimmt eure, Mann am Menge, Willandskraft, Bernd, Regieren und, Soma eure Gestanket, Schicklerkeit, Fernkampfwaffen, Schnelligkeit, viel Leben, Zerangie, Schnellwerte. Keinmal. Weil schon. Ich denke, wir machen einmal. Zweite gehen. Ah, wähle drei Attribute, okay. Ja. Machen wir es mal so. Wenn wir die scheiss Fackeln nicht mitnehmen. Danke für den Schlüssel. Ausgeigen. Seht ihr, genau das habe ich gemeint. Nun haben wir keine Fackeln mehr. Wir dürfen nun hier im Dunkeln die ganzen Welt laufen. Naja, was soll's. Was macht man nicht so alles, wenn man Let's Playt. So wie ich. Übrigens, Danke vielmal für sieben Abonnenten. Sieben Abonnenten darf ich meine heißen. Vielen Dank. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch. Ja. Määä oder? Sie beten soll man die sie ja schon mal wissen. Ja, dass wir die Tiere für die Michelle. So. So. Okay. Rein da. Ohne für Blitzheilung. Schmieden ist alles schön und gut. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. Dietrich. Kommt die Formulette. Beinscheinen, Gold. Ähm, nein. Rasten machte ich nicht.